Norddeutscher Rundfunk 2021 Dass man einfach zu Hause ist. Mit meinem Mama und Papa gehe ich an den Hafen. Dann holen wir eine Karte und steigen ein, wenn das nächste Schlaf kommt. Also dann sind wir erstmal alle aufgewacht, dann frühstücken wir. Dann gucken wir die Maus. Dann gehen wir Schifffahren. Manchmal gehen wir dann auch auf den Fußballplatz. Ja, Heimat, da kennt man sich halt immer besser aus. Dann findet man das auch immer ein bisschen besser. Ein Haus, wo ein Mensch reingeht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020